Wir kriegen gerade einen fetten Torpedo reingeknallt Direkt am Anfang So richtig in den Arsch gehabt So richtig Alter Ich kann das bis hierhin spüren In deinen eigenen Arsch In meinen richtigen realen fetten Arsch In meinen realen fetten Arsch Was ist denn hier los ey Da ist irgendjemand hinter mir Dann Voll uncool Voll uncool Lass mich Na warte Bin eben kurz auf klar Schwänger ihn richtig hart Tu es einfach Flo Tu es Für mich Wird Ich bin tot Was Du kannst zwar Kein Kermittenriesen Den Fisch hinter Ja Dann muss er abhauen Einfach Einfach weg Und dann Sprischen Er hat es versucht Er hat alles gegeben Er kann auch nichts dafür Er kann nichts dafür Hört auf Hört auf Wom zu rage Nee Mann Er kann einfach nichts dafür Ok also Wenn wir das jetzt nicht gewinnen Dann weiß ich auch nicht Die Geisterteam hat einfach Die übelsten Lowtypes Lowbobs Oder 5 Oder 4 12 Boah ey Wenn ihr die Karte sehen könntet Naja Wenn ihr die Karte sehen könntet Übelst Ich sehe eine Karte Meine Karte Übelst verloren Wie viel Prozent? Keine Ahnung Sehe ich jetzt erst 10% Die anderen haben wir 78 Er läuft Bei uns ist ja auch einer Disconnected Deswegen Wie immer Wie immer Hat jemand Den Chat nebenbei offen? Nee Kann schon echt Wo schreit gerade Er hat mich zitiert Er kam mit einem riesen Tintenwisch hinterher Da hat er geschrieben I've watched enough Hentai to know what's will Alles klar Oh shit Ich hab kein Money Nein Stirb doch Oh er stirb Er stirb einfach Und ich muss Weg 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 Alter wie ich Das geschafft habe Ich weiß es nicht Er hat mich einfach Übel slashen können Aber Das ist nicht getan Kommt es einfach nicht Komm mal hier runter Ich hab was mit dir zu überleben Typ wenn du nicht kommen willst Dann Nimm meine Was denn? Was denn? Was denn? 4-mal tot Vanlock Ich kann nicht mehr reden Das ist aber nichts Neues Ja das kann ich damit Das ist aber nichts Neues Sometimes it's hard to talk Da wär ich doch noch weggekommen Der hat ja nach vorne teleportiert Dickelz Blackwood Ah ist da Blackwood Blackwood Das nächste Mal Ist da Nehm ich dich richtig von hin Ja Ich freu dich hart Typ 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 Danke Typ aber Den hätte ich auch so geschafft So ein Noob bin ich nicht Muss ein bisschen Okay Typ Wow 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 Ist noch einer Und Double Kill Nice Seht ihr alles easy Und noch einer Und noch einer Ja Tada Und der Stipp Double Kill Nice Und Toil Kill Und Ah Mist Die anderen wurden mit gestohlen Ich hatte fast alle 4 gekillt Schade Was? Wat? Okay die Typen schriegen gar nicht richtig Sie machen einfach nur irgendeine Scheiße Ich kann Okay ein paar spielen noch nicht Na ja Nehm mal Wow 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 Ich guck gerade auf die Karte Die sind ja übelst am Arsch Die haben sie richtig gespegert Wow Die bekommen Die bekommen jetzt auf Kinder Die haben jetzt auf die Karte An derselben Stelle gesprommen Die hatten 9,1% Krass I'm back 12 2 KD Kein Ding ey Nice Easy ja Easy Easy Ich sag ja das waren Lowbobs Im Gegnerteam Weißt du dann kann ich mir richtig abgehen Lowbobs Ja Sollte nicht verwunderlich sein aber trotzdem habe ich es so durch Punkte das verwirbt mich Wie siehst du denn aus bei euch? Gewinnt ihr? Wir haben gerade angefangen Wir kriegen gerade einen fetten Torpedo reingeknallt Direkt am Anfang So richtig in den Arsch kommt So richtig Alter Ich kann das bis hierhin spüren Bis In deinem eigenen Arsch In meinen richtigen realen fetten Arsch Realen fetten Arsch Alter Wie gehen die dann ab bitte? Krass die wissen wie es läuft Die haben den vollen Durchblick Durch die Kleidung in dein Arsch Verstehst du? Alter Ich kann die alle aus Findest du? Ein fetter Torpedo im Arsch Kann man nicht einfach so Das sage ich jetzt mal nicht Das macht man doch nicht Ach so ein Erschel von anderen Leuten Nicht unerlaubt Nee Was denn? Das ist voll komisch Die Typen sind voll komisch Ja Vielleicht sind sie einfach von anderen Ufern Das kannst du dir ja nicht übeln Ja Da 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 Fritz Ja Ich will das einfach mal nur so zwei Leute sind die da spielen Ah ne Und doch mehr Wach hin Das ist ein paar Typen Will ich nicht hin Wow wow Typ Boah das war krasser als ich Obwohl ich schneller schießen kann Versteh ich es nicht Aber ist egal Oh 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 Nicht runterschauen Ja das war krass Was geht hier? Passiert irgendwie gar nichts Typ Was machst du da oben? Ist egal Ich hau ab Das bleibt gefälligst wieder Ach scheiße Kein Bock auf den Typen Mir gehts zu Kastrauf Komm mal hin Ohne 10 Zucker Das ist wichtig 10 Zucker Jetzt kann ich dir einbekommen Ja jetzt kann ich dir einbekommen Ja jetzt kann ich dir einbekommen Das wäre nie Bitte Aber was ist die los? Muss ich auch Was? Was? Der hat mich nie im Leben gekillt Nie im Leben Er hat einfach gedacht Schon wieder Nein 10 Zucker ist weg Geil Geil So muss das Aber der kriegt ja Sinn So gut aus Typ Lass den mal in Frieden Was gehts denn nicht Wow Typ Stirb Ich späte das mal schießen Das läuft immer so lange Cool down Okay So Typ du stehst doch ganz gut Ich komme zu dir Warte können wir bloß nicht Und das wäre schlecht Okay Ich bin hier aber in einer schlechten Position Ja das gibt's doch nicht alter Ich bin jetzt Ja auch im Umlaufen Und dann splasht mich einer so mit seinem Mit seinem Eimer weg Dann muss doch nicht sein Dann muss doch nicht sein Oh shit Die kann man hier hoch Ich glaube ungelogen ist das die meisten Geil es nur auf einer Seite Kann man so auf einer Seite hoch und auf der anderen Seite nicht Oder wie verstehe ich das Jetzt eine Wand Spawnt die Wand erst später hier in der Map Das ist mir noch nie so wirklich aufgefallen Wann? Wann? Was? Äh ja dieses ähm Wie heißt der Wann nochmal? Keine Ahnung Die Kugel nur spielt Du meinst es unkern spielt? Schützenfisch Ne vor vor das war bei mir das Ding war Ja ich glaube Schützenfisch Ja ich glaube Schützenfisch Ja Wenn du direkt ähm Wenn du halt runter gehst und dann nach rechts guckst Dann gehst du ja hoch Warte äh Ich glaube ich habe vorher was gesehen Kann sein was die Wand hoch und runter fährt Das kann sein Auf jeden Fall kann man da unten hoch Aber das hat keine Wand Und manchmal ist da eine Wand Und dann kannst du hoch Und manchmal nicht ne Und dann kannst du nicht da hoch Richtig Sehr logisch Victor Findest du? Ne Ich auch nicht Jedes Kind weiß dass nur Spider-Man wenn der hoch kam Das stimmt Und Jeder weiß doch dass Spider-Man wirklich existiert okay Ja natürlich Wer das Bestreitet Der hat keine Ahnung Ganz ehrlich Der hat keine Ahnung vom Leben ey TJ Mann ist bei mir im Team Alles klar TJ Wie ist der Typ aus Angel Beast nochmal? Der hatte auch irgendwie so ein bisschen neuer Mann TJ glaube ich TJ? Ja Also doch Aha Aha Ich verstehe Ich verstehe ja Der Typ ist also ein Anime Fan Verstehe ich schon Ganz klar ist auch Direkt 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 so Ohne weitere Umschweife Ja natürlich Halloween Fan Der heißt TJ Es könnte auch heißen Thomas Äh Johnson Johnson Aber er ist einfach Ja Ja na klar Halloween Fan Es gibt einfach keinen anderen Ja Alles klar Victor Das ist halt einer Das ist einfach Tasse Wow Bei vielen Typen Ein echt bleibt nicht Ich glaube er ist einfach gestorben Hast du es nicht gesehen? Ja Hat mich so gerettet Ja Hau einfach Hau ab Hau ab Hau ab Hau ab Hau ab Gle Version Und dann Das ist echt Ja schon so ein bisschen Denn Da kommen ihrem Tut Neckerechten St Knüchter Trauer Da müssen Leute BexplASHen Das ist wichtiger What'sに석en Cham sound Mick Sieger Jetzt Johnson John Cena John Cena Die Die Da Gut Tod Wie geht das, glaub ich von John Cena? Geh immer nicht auf den Sack, Typ! Wenn du das los sua! Kein Problem! Lauf mir einfach in die Knabe! In die Knabe? Ja so richtig hart, ey! Mit dem Arsch! Oh man alter! Verdammt! Das fand der Typ, glaub ich, nicht so richtig. Nein, rückzug, rückzug, wir sind zu dritt, rückzug! Das ist ein Typ, nein! Nein! Oh shit! Oh shit, die... Wow, wow, die holen gleich auf! Nein, nein, nicht cool, Leute! Oh, was gibt's doch nicht? Äh... Was gewinne? Was gewinne? Selbstvertrauen, Selbstvertrauen! Gehen wir hin! Das ist kein Problem! Typ, Typ, Typ! Ah, Skabeling! Das ist einfach gestorben! Cool, wir verlieren wieder, Hardcore! Und wir holen auf, ja, wir schaffen das noch, wir schaffen das noch! Alles easy! Die Splash ist jetzt weg! Nein, verstanden, cool! Kein Problem! Oh shit, die haben aber die andere Seite... Das sieht knapp aus! Sehr, sehr knapp! Ich bin mir nicht sicher, Eggmon! Ja, easy, easy, easy! Kein Problem! Wir haben sie gerackt! Wir haben sie gerackt! Knapp, aber wir haben sie gerackt! Ja, jetzt habe ich aber eine 1300, ist klar! Aber gut, die eine hat einfach 0,0 KD! Waren wir uns zu dritt? Und haben sie weggesplasht? Waren wir einfach so krass? Oh, ich bin gleich... Ich hab gleich 50 Punkte! 50 Punkte? Bist du dann höchste Stufe? Nene, danach glaube ich noch einmal! 100 kommen dann glaube ich, dann hast du höchste! Wohl echt? Gehen das noch so weit? Ja! Ja doch, kann sein, 99, ne? Bist Fanclub Leiter! Ja! Dann hast du die höchste Punktzahl! Richtig! Richtig! Du hast vollkommen recht! Wieso stelle ich dich überhaupt in Frage? Ich weiß es nicht! Weil er Matthias heißt! Bestimmt! Ja, ich hab einen im Team, der heißt Zombie! Ja, durch! Ja, hätte der nicht Zombies genommen, ne? Ja, dann hätte ich gelacht heute! Einfach so ein Zombie bei den Geistern! Ja, ich bin ein Geistern! Mindfuck! Wow! Surprise, bitch! Surprise! Und fucker! Was ist denn gerade irgendwas weggesmasht? Hörts nicht so an! Was? Was? Das wird aufschließen! Tschuldigung! Bei uns ist wieder einer disconnected! Wie heiß ist das denn? Nicht mal aufhören mit dem Scheiß! Ja, das ist aber... ...gar nicht mal so selten, der Splashfest! Dank Gott! Hey, was geht hier ab? Typ, lock mal locker! Bleib mal! Verdammt! Ich dachte, ich kriege ihn! Aber er war zu aufmerksam! Er hat mich einfach... ...weggesplash mit seiner... ...hin zugegangen! Wieso ist hier nichts angefärbt? Leute, was macht ihr eigentlich? Muss ich denn wieder alles alleine machen? Wie lange das es gedauert hat, bis sie tot hatte! Oh, ich bin gekillt! Krass! Backshot! Oh, Typ! Typ! Das sind zwei! Das sind zwei! Aber ein Krieg! Komm! Ein Krieg! Sie waren einfach zu krass! Wow, wir kommen gar nicht vorbei! Was ist los? Okay, gleich bin ich vorbei! Kein Problem! Sie werden mich gar nicht bemerken! Ich bin ein krasser Ninja! Und der hat mich gesehen! Verdammt! Nein! Okay, Leute! Was ist los? Wo sind denn meine ganzen Leute? Was hat der für eine Waffe? Den Profi-Klexer! Seit wann hat der so eine Reichweite? Profi-Klexer hat eine gute Reichweite! Aber nicht so, wie der mich jetzt gerade getroffen hat! Okay, da sind die alle vorne! Jetzt steil ich mich weg! Jetzt steil ich mich weg! Oh Mann, ey! Ich hab doch gerade rechts gedrückt! Das gibt's nicht, ey! Wieso? Wieso? How? Wir sind hier! Was? Ja, da ist einer! Er sieht mich doch! Ich weiß nicht, dass ich hier bin! Und die anderen wissen es auch! Typ! Ich krieg nichts zu brauchen! Und der ganze Team fahrt einfach die ganze Zeit! Wollte ich sagen! Wir sind die ganze Zeit zu dritt! Wir kommen nicht vom Spawn weg! Gerade! Halt uns übrigens fern! Nein! Jetzt will ich noch ein paar Punkte machen! Ach, ich hab schon! Geht ihr doch einfach! Was ist denn los mit euch? Wir sind drei Leute, die auf einen Dorf schießen! Und die schaffen das einfach nicht! Wie konnte ihr da ausweichen? Wie? Frag ich euch! Wow! Jawoll! Wow! Wow! Einfach wow! Wir sind zu Karsten! 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 Ich hab's ja einfach nicht! Ist aber genug! What the fuck! Jetzt halt du dich fragst, warum gerade der, der so rumraged, in der Wir-Form labert! Ah, der macht gerade den letzten Punkt! Ist denn mehr geworden zum Schauen-mäßig? Äh... Relativ! Was heißt er halt? Erzähl es mir! Flo! Ich sag mal so, ich hab noch ne kleine Reichweite! Gerade vier! Okay! Ja! Läuft doch! Läuft doch! Läuft doch! Läuft doch! Und jetzt los? Ja! Läuft doch! Du musst das nicht rein! Ja! Bauch! Also, Kumo, im Let's Play, im Stream! Ja was soll ich machen? Verdauung ist Verdauung, ja. Soll ich meinem Magen einfach so sagen, so ja im Let's Play verdaust du jetzt mal eben kurz nicht? Ja, kannst du das nicht? Ich platz dir einfach. Das geht einfach so, einfach zack. Schatter umlegen und alles gut. Einfach so, zack. So, ja. Oh, wo kommt die Musik her? Leute, Leute, was tut ihr? Was? Leute, wer ist das? Musik, B****? Ja, ja. Ja, Kumo halt. Kumo, das geht so nicht. Wieso nicht? Weil wir sind in einer Aufnahme. Na und? Ja, aber das ist uncool mit der schlechten Qualität. Ich schreck direkt die Retourquetsche. Tinspeak. Also, ey, ey Kumo! Nicht in der Aufnahme! Zack, Verbindung ver... unterbrochen. Okay, verstanden. Ich mach mich bei uns. Ist halt so. Ja, so mag das. Hey, sorry, sonst gerne, aber... Es klingt halt ein bisschen blöd über Tinspeak und Unico. Ja, Gamer sagen. Ich glaub, die Gamer macht da kein Problem, weil Splatoon... ... so gemein bei Nintendo... ... hatte ich ja noch nie ein Problem. Ja, ja, weil der Musiker macht. Hä? Warte, das war Splatoon-Musik? Ja. Ja. Gecheckt. Was für'n Noob, Alter. Spiel Splatoon, aber kennt die Musik daraus nicht. Ja, das kostet. Ja, ich spiele jetzt erstmal wieder seit... ... was weiß ich, wie vielen Monaten. Das ist sogar gerade im Splat... Ist das nicht vielleicht auch das Splatfest? Das ist Schande. Schande. Du musst viel mehr Splatoon zocken. Oh, Mann, das ist aber viel zu leichter hier. Ich hab so viele Spiele, die ich gerade am zocken bin. Ich hab jetzt gerade Anno 22. Aber Splatoon ist besser. Ich habe Sims 4. Ich habe was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einen Schwanz. Okay, krass. Wollten jetzt auch alle wissen. Okay, noch ein Sneaker. Okay, Beweis, hol raus. Im Stream. Ja, ich mein, sein sieht man ja. Bist du schwul? Ne, ich muss mir das nicht angucken. Ne, ich muss mir das nicht angucken. Und wieso? Hast du was gegen Schwule? Was isst du? Voll rassiss. Ja, ne? Voll schlimm, Alter. Ich weiß, was es mit Rassismus zu tun hat, aber das ist okay. Aber nichts effektives, ne? Leute, Leute. Leute, blemmer. Ganz locker. Wohin der Fall hat mir das. Hey, wo was mein Dick? Ja. Der Typ will mich. Er will mich. Ja. Kommt er noch hinter mir an? Kann ich doch nicht. Doch nicht so gut. Da kommt er. Da kommt er. Ja. Na er mich. Oh, oh. Das sieht ja mal gar nicht so schlecht aus. Ha! Verarscht! Ja! Oh Mann! Ich dachte, er kann mich einfach von oben verarschen, aber nö. Nö, nö. Das lasse ich nicht mit mir machen. Endlich mal gesprochen! Läuft das nicht! Das geht! Jo, ich glaube, das haben wir. Oder? Doch. Doch, müsste. Ich hoffe. Jo, läuft. Ich glaube, da wollte eine Katze in die Tür. Was ist eine Katze? Der Mietsrichter. Hast du ihn ausgesperrt? Ja, der steht vor der Tür wahrscheinlich. Oh, final. Nice. Der wollte dich nicht gewinnen lassen, oder? Wahrscheinlich. Ne, deswegen hab ich ihn halt gewonnen. Ja, ja. Dachte ich mal. Er hat einfach den Mietsrichter weggesperrt. Nein. Flo, weißt du, wie es läuft? Was? Ich hab ja Tonfisch. Der Markt. Er hat ihn halt weggelockt. Scheißegal. Es ist illegal, ja? Nein. Nicht illegal. Ihr habt Essen. Die Katze will essen. Ja, aber er muss seinen Job erledigen. Das kannst du nicht einfach machen. Das wäre natürlich voll sinnvoll, wenn die das mal hier... Ja. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, würde ich mich echt über einen Daumen hoch freuen. Und schreibt doch mal in die Kommentare, was euch besonders gut gefallen hat und was nicht so gut. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dann, euer Detoxan. Euer Detoxan.